Was geschah eigentlich mit diesen 10 Charakteren nach den Heiligtümern des Todes? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir Ereignisse diskutieren, die sich im Harry Potter Universum nach dem Ende der Bücher und der Filme abgespielt haben. Was geschah beispielsweise mit Hagrid, Draco und Harry? Lasst uns direkt eintauchen. Beginnen wir mit dem ersten Charakter auf unserer Liste, Lord Voldemort. Voldemort ist zwar technisch gesehen tot, seine physische Form wurde zerstört, aber das bedeutet nicht, dass sein Schicksal endgültig war. Aufgrund seiner verfluchten Existenz wurde er an einen Ort geschickt, der zwischen Leben und Tod liegt. Voldemort hatte seine Seele bei unzähligen Gelegenheiten geopfert, um Unsterblichkeit zu erlangen. Sein Leben war von Grausamkeiten geprägt, darunter Morde zur Schaffung von Horcruxen und der Konsum des Blutes eines Einhorns, was ihn dazu verurteilte, ein verfluchtes Dasein zu führen. Voldemorts Seele konnte niemals Frieden finden und er verbrachte seine Existenz in einer Art Vorhölle, einem Ort der Isolation und der Erinnerung an seine traumatischen Anfänge im Waisenhaus. Nummer 9. Neville Longbottom Nach der Schlacht von Hogwarts wurde Neville ein geschätzter Auror, doch seine wahre Leidenschaft lag in der Kräuterkunde. Als Mineva McGonagall ihm eine Stelle als Lehrer in Hogwarts anbot, nahm er sie an. Neville arbeitete unter der Leitung von Pomona Sprout in der Abteilung für Kräuterkunde. Später heiratete er seine ehemalige Mitschülerin Hannah Abbott, eine ehemalige Hufflepuff-Schülerin und Mitglied von Dumbledores Armee. Hannah, die als Wirtin im tropfenden Kessel arbeitete und Neville lebten gemeinsam im obersten Stockwerk des Gasthauses. Nummer 8. Ronald Weasley Im Epilog wird gezeigt, wie Ron seine Kinder Rose und Hugo Weasley gemeinsam mit Hermine nach Hogwarts begleitet. Neben seiner Rolle als liebevoller Vater wurde Ron Auro im Zauerei-Ministerium. J.K. Rowling beschrieb Rons Eintritt ins Ministerium als revolutionär für die Aurorenabteilung. Sie betonte, dass Harry und Ron maßgeblich dazu beitrugen, das Ministerium zu verbessern und es zu einem wirklich guten Ort machten. Später verließ Ron das Ministerium, um seinem Bruder bei seinem Scherzartikeladen zu helfen. Trotz seiner anfänglichen Schwierigkeiten erlangte Ron sogar einen Muggelführerschein, nicht ganz legal, nämlich indem er einen Konfunduszauber auf seinen Fahrlehrer anwandte. Nummer 7. Hermine Granger Nach der Schlacht von Hogwarts war Hermine Grangers erste Handlung, ihre Eltern zu finden. Nochmal zur Erinnerung. Während des Konflikts mit Voldemort traf Hermine die schwierige Entscheidung, ihre Eltern zu verzaubern und sie nach Australien zu schicken, um sie zu schützen. Diese düstere Entscheidung wurde jedoch nach Voldemorts Fall rückgängig gemacht, als Hermine ihre Erinnerungen wiederherstellte, die sie zuvor gelöscht hatte. Hermine kehrte in typischer Hermine-Manier nach Hogwarts zurück, um ihren Abschluss zu machen. Anschließend begann sie ihre Karriere im Zaubereiministerium in der Abteilung für die Regulierung und Kontrolle magischer Kreaturen. Dort setzte sie sich dafür ein, das Leben von Hauselfen und anderen magischen Geschöpfen zu verbessern. Nach einiger Zeit wechselte sie in die Abteilung für die Durchsetzung magischer Gesetze, wo sie maßgeblich an der Abschaffung der Reinmütigkeitsgesetze beteiligt war. Während dieser Zeit wurden Hermine und Ron Weasley ein Paar, heirateten und bekamen später zwei Kinder. Im Jahr 2019 wurde Hermine zur Zaubereiministerin ernannt. Ihr Leben nach den Heiligtümern des Todes war zweifellos voller Aufregung und bedeutender Ereignisse. Nicht, dass es das vorher nicht war. Nummer 6, Harry Potter. Im Epilog erfahren wir, dass Harry Potter Ginny Weasley heiratete und sie zwei Söhne namens James Sirius und Albus Severus sowie eine Tochter namens Lily Luna hatten. Im Gegensatz zu Hermine kehrte Harry nie nach Hogwarts zurück, um seine Zacks zu absolvieren, sondern begann sofort seine Karriere als Aura im Zaubereiministerium. Mit 26 Jahren wurde er zum Chef-Aura ernannt. Harry verbrachte auch viel Zeit mit Teddy Lupin, dem Waisensohn von Remus und Tonks, obwohl Teddy offiziell von seiner Großmutter aufgezogen wurde. Harry, Ron und Hermine wurden schließlich auf Schokoladenfroschkarten verewigt, um ihren Beitrag zur Zauberergesellschaft zu fördigen. Nummer 5, George Weasley. George Weasley heiratete Angelina Johnson, die zuvor mit seinem verstorbenen Bruder Fred zusammen war. Obwohl George nie über den Verlust von Fred hinwegkam, nannte er seinen ersten Sohn Fred. Gemeinsam mit Ron führte George Weasley den Zauberscherzladen, ein Geschäft, das sehr erfolgreich wurde. Nummer 4, Luna Lovegood. Luna Lovegood wurde später im Leben eine berühmte Magizologin. Magizologen sind Zauberer oder Hexen, die sich auf magische Kreaturen spezialisiert haben. Dies ist nicht überraschend, da Luna bereits in der Harry Potter Geschichte eine starke Affinität zu magischen Geschöpfen gezeigt hat, wie zum Beispiel den Testralen im Orden des Phönix. Sie heiratete später Rolf Scamander, den Enkel von Newt Scamander, dem Autor von Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Luna blieb ihrer exzentrischen Persönlichkeit treu, wie sie auch bei ihrer Hochzeit zeigte, wo sie ein buntes Kleid und ein Diadem mit Einhornhörnern trug. Zwischen 2008 und 2014 bekam Luna zwei Söhne, namens Lawson und Lysander. Als Erwachsene blieb Luna eng mit Harry, Roll und Termine befreundet und Harry war so beeindruckt von ihr, dass er seine Tochter Lily Luna nannte, zu Ehren seiner Mutter und natürlich Luna. Luna Lovegood änderte sich nie. Sie blieb die schrullige, liebenswerte Person, die sie immer war. Nummer 3, die Dursleys. Interessanterweise erfährt man nach ihrer Abreise nur sehr wenig über die Dursleys. Es stellte sich jedoch heraus, dass Dudleys Moment der Erlösung, die gelöschte Szene, in der er Harrys Hand schüttelt, einen großen Einfluss auf ihre Beziehung gehabt haben könnte. Später verriet Rowling, dass trotz Dudleys jahrelanger Misshandlung von Harry, sie sich später mit Weihnachtskarten vertrugen. Als er älter wurde, entwickelte sich Dudley zu einem anständigen Mann, ganz anders als die tyrannische Naturgewalt, die er in seiner Jugend verkörperte. Dudley heiratete schließlich und gründete eine eigene Familie, in der er zwei Muggelkinder großzog. Harry und Dudley sahen sich immer noch oft genug, um eine Weihnachtskarte zu schreiben. Aber sie besuchten sich nur aus Pflichtgefühl und saßen schweigend da, damit ihre Kinder ihre Vetter sehen konnten. Dies deutet darauf hin, dass sie nie wirklich enge Freunde wurden, aber auf jeden Fall respektvoll miteinander umgingen. Vielleicht aufgrund des gegenseitigen Respekts, den sie später im Leben füreinander entwickelten. Was Vernon und Petunia betrifft, so scheint es, dass Harry sie nie wiedergesehen hat, da ihre Beziehung nie besonders gut war. Obwohl Petunia sicherlich Zuneigung für Harry empfand, unternahm sie nie den gleichen Versuch wie Dudley, sich mit ihm zu versöhnen, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass sie sich nie wiedergesehen haben. Es wurde auch berichtet, dass die Dursleys nach dem Sturz von Voldemort einfach in ihr Haus in Little Winging zurückgekehrt sind, wo sie den Rest ihres Lebens verbrachten. Nummer 2 – Draco Malfoy Wie sich herausstellte, wurde über Draco Malfoys Leben nach Hogwarts und sein allgemeines Verhalten ausgiebig auf Pottermore geschrieben. Es ist auch etwas düster. Die größte Enthüllung war, dass er ein wenig ein Fanatiker für reines Blut wurde. Die Ereignisse in Dracos späten Teenagerjahren veränderten sein Leben für immer. Die Überzeugungen, mit denen er aufgewachsen war, wurden auf erschreckende Weise infrage gestellt. Er hatte Terror und Verzweiflung erlebt, seine Eltern für ihre Treue leiden sehen und den Zerfall alldessen miterlebt, an das seine Familie geglaubt hatte. Nach den Ereignissen des Zweiten Zaubererkrieges fand Lucius seinen Sohn liebevoll wie eh und je, aber er weigerte sich, der alten reinblütigen Linie zu folgen. Draco heiratete die jüngere Schwester eines Slytherin-Kollegen, Astoria Greengrass, die eine ähnliche, wenn auch weniger gewaltsame und erschreckende Umwandlung von den Idealen der Reinblütigkeit zu einer toleranteren Lebensanschauung durchlaufen hatte. Narcissa und Lucius betrachteten Astoria als Schwiegertochter, mit gemischten Gefühlen, da sie sich weigerte, ihren Enkel Scorpius im Glauben zu erziehen, dass Muggel Abschaum sind. Familientreffen waren daher oft von Spannungen geprägt. Außerdem schien er etwas milder geworden zu sein und führte ein Leben der Muße, anstatt zu versuchen, die Mächte des Lichtes zu stürzen oder die Herrschaft über die Muggel zu erlangen, wie es Lucius getan hätte. Ich stelle mir vor, dass Draco dazu bestimmt war, eine abgewandelte Version der Existenz seines Vaters zu führen, unabhängig und wohlhabend, ohne die Notwendigkeit zu arbeiten, und er lebte mit seiner Frau und seinem Sohn auf dem Malfoy-Anwesen. Aber wie ich bereits erwähnt habe, hatte das Paar ein Kind, Scorpius Malfoy, der zur gleichen Zeit wie Albus Severus Potter die Hogwarts-Schule besuchte. Eine tragische Wendung der Ereignisse führte letztendlich dazu, dass Astoria recht jung starb. Sie wurde Opfer eines Blutfluches ihrer eigenen Familie. So blieb Draco ein alleinerziehender Vater, der seinen Lebensabend größtenteils allein verbrachte. Natürlich aber mit seinem Sohn. Und Nummer 1, Hagrid. Er stellte sich heraus, dass Hagrid weiterhin an seiner üblichen Stelle in Hogwarts arbeitete. Das einzige, was er mehr liebte als die Schule, waren seine magischen Geschöpfe. Daher entschied er sich, weiterhin als Professor für Pflege magischer Geschöpfe an der Schule zu bleiben. Im Epilog von Harry Potter wird Hagrid erwähnt, als Harry mit seinem Sohn Albus spricht. Tschüss Al, sagte Harry, als er seinen Sohn umarmte. Vergiss nicht, dass Hagrid dich nächsten Freitag zum Tee eingeladen hat. Leg dich nicht mit Peefs an. Duelliere dich mit niemandem, bis du es gelernt hast. Und lass dich nicht von James aufziehen. Der Epilog gab uns einen Blick in die Zukunft. 19 Jahre nach den Ereignissen von der Schlacht von Hogwarts. 2017 war Hagrid 89 Jahre alt. Aber dank der Langlebigkeit der Zauberer war er sicherlich noch sehr rüstig. Zusätzlich zu seiner Lehrtätigkeit in Hogwarts unterhielt Hagrid Gerüchten zufolge eine Beziehung zu Madame Maxime. Die beiden erwiesen sich jedoch schließlich als zu verschieden, um eine funktionierende Beziehung aufrecht zu erhalten. Und das war's auch schon mit diesem Video. Was denkst du darüber? Habe ich irgendwas oder irgendwen vergessen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.